Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute Mech Arena, heute ist Mittwoch und... Achja, wir spielen Wettbewerb, genau. Gerade gestartet. Dann, let's go! Die erste Runde FFA geht los. Wisst ihr, was ich hier so... Nein, der hat mich da noch einmal bestanden. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, was ich hier eigentlich vermisse ist... Man kann ja eigentlich... Alles... Wah! So... Ähm... Man kann ja eigentlich... Alles spielen... Im Training, aber FFA nicht. Könnte man nicht eigentlich auch... FFA als Trainings... Dungeon machen? Also man kann ja 5 gegen 5 spielen. Im freien Spiel... 2 gegen 2... Kontrollpunkteinnahme kann man spielen, aber kein FFA! Ach nö, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ach nö... Cat Lady? Das waren zwei Bots wahrscheinlich, weil die sich nicht bewegt haben... Ach, nee... Ach, nee... Ja... Den hab ich gekriegt... Den hab ich gekriegt... Den hab ich gekriegt... Den haben wir auch erwischt... Den haben wir auch erwischt... Immer auf die angeschossenen Brechts gehen... Den haben wir auch erwischt... Den haben wir auch erwischt... Immer auf die angeschossenen Brechts gehen... Ah, das ist weit weg... Nee... Das war's... Das war's mit der Runde... Zweiter Platz? Immerhin? Immerhin? Geht zwar besser... Aber das weiter ist okay... Da ist die... Bot sowieso so schlecht kaputt... Kriege zur Zeit... Ist es okay... Schauen wir mal... Eine Goldmedaille... Die haben wir schon mal gekriegt... Dass es schon mal da ist... Krieg Weste abgeschlossen... 242 Punkte... Na ja... Die nächste Runde wird bestimmt... Hoffe ich besser... Bis gleich... Und... Wieder da... Die zweite Runde... Ich hab meine Maus immer noch nicht gehen... Ah... ... Ich hab meine Maschine... Oh... schade schade aber ich bin spitzenklar das ist ja schön der stelle stelle und wieder spitzen wo war ich die ganze zeit schade schade mein schild ist gleich kaputt ach nee das gibt es doch nicht so 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 von allen seiten wäre ich beschossen ne ne die runde wird ganz schlecht die runde wird ganz schlecht die runde wird ganz schlecht was soll's man kann ja nicht immer gehen ok bisschen gas gehen hier wird jeden einmal gespielt heute mit jedem einmal in dieser runde immerhin müsste auch eine belohnung geben gut dann würde ich sagen das war's mit der runde mit zwei kills am ende und ich dachte immer zum schloss kommt das beste ne ist nicht so nicht wirklich aber nicht letzter immerhin ok dann würde ich mal sagen das war's mit dem video für heute ich sage danke für das Zuschauen ich freue mich dann beim nächsten Mal bei der Seite bis heute mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen tschau tschau okay Vielen Dank.